Heidel, Heidel, deine Welt ist jetzt königsblau. Was steht da? Aubameyang wechselt mit sofortiger Wirkung ins Dschungelcamp. Oh, Entschuldigung. Hallo, ich bin's, euer Clemens, der Aufsichtsratsvorsitzende. Und beim FC Schalke, da liegen die Nerven blank, weil uns Leon Goretzka verlassen will. Und ich habe gesagt, er muss sich nicht wundern, wenn er in der Rückrunde nur noch auf der Tribüne sitzt. Das habe ich natürlich nicht so gemeint. Er muss sich nicht wundern, wenn er demnächst als Parkplatzwärter arbeitet. Domenico, ich würde den Goretzka gar nicht mehr mittrainieren lassen. Auf mich da hört er. Natürlich weiß ich, dass der Leon in München mehr Geld verdient, das ist klar. Aber beim FC Schalke, da ging es noch nie um die Kohle im Portemonnaie, sondern immer nur unter Tage. Und überhaupt, bei uns geht es ums nackte Überleben. Telefonanruf, Moment mal gerade, Markus Gisdol. Was will der denn? Hallo Markus, was gibt es denn Schönes? Was, du willst bei uns eine Mannschaft trainieren? Ja, Moment mal gerade, was kann ich dir denn anbieten? Ja, wie sieht es denn aus mit der U12? Da kannst du nichts kaputt machen. Ja, der HSV hat natürlich einen neuen Trainer. Schon wieder. Diesmal ist es Bernd Hollerbach. Also zumindest war das vor fünf Minuten noch der Fall. Bei denen, da weißt du ja nie. Ja, sag mal, was macht der Domenico denn da schon wieder? Ist der geisteskrank? Das ist doch eine alte Übung von Felix Magath. Aber egal, man muss natürlich sagen, dass das ganze Drama um Goretzka dem Christian Heidel schon auf den Magen geschlagen ist. Der war heute Morgen bei mir hier im Büro. Hat erstmal eine Mutter-Kind-Kur beantragt. Ich hab gesagt, Junge, komm runter. Das ist der FC Schalke. Es gibt zwei Möglichkeiten, um seine Grenzen auszuloten. Die Weicheier, die gehen zur RTL ins Dschungelcamp. Und die Hartgesottenen, die kommen hier zum FC Schalke. Der Christian Heidel, der ist so langsam in Gelsenkirchen angekommen. Heidel, Heidel, Deine Welt ist jetzt Königsbrau. Heidel, Heidel, denn nach Schalke bist du zu Haus. Graue Häuser, Gelsenkirchen statt Sonnenschein. Heidel, Heidel, Schalke ist jetzt dein Verein. Heidel, 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 Schalke ist jetzt dein Verein. Bill oversign die Bauern versteckt. Heidel, Heidel, es ist die 4. Das sind wir, Komödie im Revier. Es war einmal ein Manager, der hatte diesen Drang Der wollte auch mal Schalker sein und rief in Räder an Ich sagte ihm, lass meins doch sein und komm ins Ruhrgebiet Mein Schlachthof, der steht hinter dir und singt für dich ein Lied Heidel, Heidel, deine Welt ist jetzt königsblau Heidel, Heidel, denn nach Schalke bist du zu Haus Dunkle Kohle, Erzkurt, Sorge und die A2 Heidel, Heidel, du machst Schalke, ich die Metzgerei Heidel, 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 S04, das sind wir die Nummer 1 im Revier Schalke ist ein geiler Club, ich liebe euch!